so das ist einfach an der zeit weiter ja egal ja ich habe gemerkt mein laptop mit dem falschen wlan verbunden und hat deswegen immer gespunnen wenn ich in der lobby eingegangen bin deswegen habe ich jetzt auch relativ viel abdruck gekommen und jetzt dürfen es besser sein wenn ich mit einem wlan verbunden bin mal schauen naja jetzt habe ich auch kein frame drop und nichts kein kill und bitte ins kundentrop abschuss bestätigt ja haut hier naja jetzt bin ich wieder jones das wird ein schwitzerlobby sein feindlicher kampfhubschrauber nähert sich na feind mich des und ist schon wieder hier uhaa mehrere feindliche drohnen im einsatz uhaa ich habe schon noch einen gekriegt feindliches geschütz aktiv ja oder da das ist ich habe hier das ist aber damit nachher dass ich habe ihn doch gar nicht gesehen naja das hier glaube ich dass wir irgendwo gefunden haben die gewinnen das hier zurückschlagen Feindliche Konterdrohne über uns. Feindliche Hellstorming. Mehrere feindliche Drohnen im Einsatz. Die Seite haben mehrere Drohnen eingesetzt. Vorrätten! Jetzt kann ich die zwei kriegen, weil ich den Laufbau habe und dann will von hinten die Maus. Das ist der Wahnsinn. Gott sei Dank ist die Runde vorbei. Was für eine Niederlage. Wer noch lebt, kehr zurück für die Missionsbesprechung. Ich bin hier. So. Okay. Die Map kann jetzt nicht gehen. Ich habe mittlerweile auch wieder Aufsätze, aber ich will zuerst das hier fertig spielen. Ich brauche noch 13 Kills mit der Secondary mit 3 Aufsätzen, was mit unserer Shotgun. Aber da darf man da jetzt mal was nachkampftechnisches kommen, denn die Map kann ich gar nicht. Das ist anscheinend eine neue Map. Ich versuche sie gar nicht rauszumsprieren, oder kommt gerade der Kass raus. Starten wir! Okay. Okay. Abschuss bestätigt. So. Rauscht mit euch und macht uns reich. Keine Idee, wo droht es gleich herkämmern. Wieder. Recon am Boden. Wir haben den Vorteil. Ja, was der Movement oft ausmacht. Nachschub bereit. No, es wird Agus. Vorräte, der zuerst kommt, mal zuerst. Ein Böser weniger. Recon neutralisiert. Ah, so wird reichweiten nicht. Ah, 11 noch. Da oben steht er. Feindliche Drohne über uns. Gehen wir jetzt da irgendwie da oben? Feindliche Konterdrohne entdeckt. Oh, jetzt kriege ich einen Druck. Wir liegen zurück. Wir gewinnen hier. Der Disruptor geht online. Wir haben die Kontrolle verloren. Ui da! Was das einfach ausmacht, wenn du die Map kennst oder wenn du es nicht kennst. Nur wenn du es russen möchtest. Ich bin noch ein sauber zweit weg. Bereit für Nachschub. Erledigt. Das tut gar nicht weh. Jetzt soll zumindest die Drohne einmal. Autorisiere Drohneneinsatz. Drohne in der Luft und starte die Übermachungsoperation. Ja okay, der ist da oben drin gewesen. Jawoll! Da waren es nur noch 10 eh. Komm und hol's dir! Ui da! Ui da! Ich mag jetzt nicht mehr. Jetzt kennst du mich. Oh mein. Sowas von keiner lernen. Ui da oben hat. ich bin mit nice im ersten der lobby so mich für team so ab genau 1 2 jetzt weiß der ist hinter mir gerade habe ich mir gedacht braucht irgendwie safe position mit dem bläden scharfschützen ist und markiert ja es ist mir eigentlich egal ich habe zwei mal so daneben geschossen ja ich bin halt sniper nicht ja genau wir liegen zurück feindliche drohne über uns ja es hilft mit der sniper nichts schauen wir wieder auf mehr movement diese schlechte ein Takt 5 War doch gerade einer Ja, schön campen Aha, war das schlecht von mir Anliegen schon wieder Ja, klar hat es dann wieder gleich zu zweit Ich hab ein bisschen vom Scharfschützenest gekickt Ja, jetzt schnell weg Ich hätte es schon gerne gesehen, wie fällt Dass ich ihm jetzt eingehe mit der SMG Auf die Distanz Hopp, noch mal hit Hopp Erst Natürlich Klingt so ein schöner Gunfight Das wo es dann Spaß macht Aber dann Kommt so ein Scheiß-Wixer von hinten Wahnsinn, echt Ja, gegen die Sense Aber da laufen 2, 3 mit der Sense rum Jetzt treffe ich den Schott nicht Der wäre weggewinnt Den Heli-Wami-Triebverbrauer Dann wäre er downgewinnt Feindliche Drohne über uns Es gibt keinen Profit in der Niederlage Kämpft Es gibt keinen Profit in der Niederlage Ja, ich schauke so und wegen den Gunfight trotzdem Vorrättern Der zuerst kommt, mal zuerst Jetzt Ich hab die Zeit ist fast vorbei Ich hab mich überall übersetzen Gib doch mal alles Wir gewinnen hier Wir gewinnen hier Wir gewinnen hier Ah, schlecht gespielt, aber gewonnen haben wir trotzdem. Das kommt davon, weil es halt alle nur auf Kills gehen. Und alle nur auf Fair-Kampf gehen. Das ist bei Abschluss bestätigen. So, aus der Lobby geht es sowieso raus. Dann machen wir kurz schnell eine kleine Pause. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann bin ich wieder da. Ich brauche noch einmal bestätigen. Und neukillt mit der Shotgun. Dann schauen wir, ob wir jetzt ein bisschen in Lobby wischen. Jetzt gehen wir mal in den Schwitzer-Modus. Ah, neukillt mit der Shotgun. Ich brauche noch mal in den Schwitzer-Modus. Ich brauche noch mal in den Schwitzer-Modus. Abschuss bestätigt. Ich brauche noch mal in den Schwitzer-Modus. 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 leben wir können am boden es wäre die fuxt ein feindliche vorratslieferung über uns ein feindliche drohne kreist firebreak wurde eliminiert nein nein rauhitz long mei der liegt am bohn was ist denn das ja du blüder kämpfer so plan b reich jetzt kommen wir natürlich wieder mit dem plan auf weiter abschluss was du brauchst mit denen liege mir jetzt nido der feind hat ihr sturmpaket zerstört reiniger ausgeschöpft der sprüht heute einen tag mit dem lmg das war jetzt grob noch nicht nein Drohnen zahlt bald 50 Prozent. Zero eliminiert. Benötige Konterdrohne bei meiner Position, Kommando. Wir sind Ihnen überlegen, ruhig einen Sieg. Unser Taktik-Einstiegsmarker ist offline. Drohnenflug starten. Oh, man kämpft da drin. Oh, den holen wir jetzt mit der Schutgun. Abtaug erledigt. Ziel erledigt. Drohne in der Luft durchstartet Überwachungsoperation. Nein, nein! Ich zoll für diesen Not zum Lohn. So bitter. Aber, ich weiß, Kuchzer ist auf jeden Fall mehr als okay. Ich finde, das ist so schlimm, dass die Pylon wird, dass die D-Aro-Oma da in den Verein gesetzt und mit seinem LMG-Do auszuschießt, weil... ...dass wir mal einen Puls schwimmen, ja nicht viel rumgehalten. Ein Regeln stört beim Pulten, aber... ...sagen wir's gut. Das tun wir jetzt für Aufsätze auf mein Saugerpfiff. Auf jeden Fall, den wir da um mein D-Swick. Dann... ...schnelles Magazin auf jeden Fall. Ich überlege, ob wir ein Schaft rein tun oder schnelle ziehen. Nein, ein Schaft. Dann habe ich da immer noch One-Kills. Und da aber dann auch. Dann haben wir jetzt einen kleinen Fleck drauf. Dann... ...sagen wir's. Bis zum nächsten Mal, rag. Dann... ...kannst du dich. So, jetzt erst mal den Fresh, jetzt sollten wir, wenn du mit der Saug, wenn ich ihn mit Mitten gehe, so ist er eigentlich kurz recht schnelllebig. Alter, so schlecht, da wird so gejoked, aber die campen schon wieder. Ziel erledigt. Wir haben den Vorteil verloren. Ruin eliminiert. Wir gewinnen hier. Die sind tot. So. Na, mir ist Brumm jetzt doch. Ich hätte Brumm bleiben sollen. Bereit für Nachschub. Aber natürlich laufen die wieder zum Tritt umeinander. Vorräter! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn nötige eine Drohne, Kommando. Nein, du wirst doch mich noch. Nein! Können wir nicht heilen. Takt 5 geladen. Halt still, das halt gleich. Ich schreib's auf deinen Deckel. Ja! Das ist der Wahnsinn. Immer zu zweer, zu dritt. Tante. Das ist ja eigentlich schon peinlich, nur dass ich den... der spielt mit einem Sturm klar. Und ich kann einen Challengen mit der SMG. Dazu noch mit der Saug. Die war jetzt nicht unbedingt die präziseste. Und äh... SMG ist. Und auf den Pferden eigentlich auch nicht wirklich so gut. Aber ich kann einen Challengen und ich gewinne sogar die Challengen. Der Sanitäter wurde entsorgt. Weil er einfach nur schlecht ist. Der Supermarkt hat geöffnet. Ah, schon wieder Flips bauen. Keiner weniger. Drohne verfügbar für Aufgaben. Jawohl. Das war Timing. Ihr Sturmpaket wurde zerstört. Ich krieg den German Hunter nicht unter. Kommando, ich will eine Drohne über mir. Drohnenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß. Ja, jetzt will ich ihn boxen. Der Mikro, dass ich entfernt bin. Drohnen in den Exititel bei 50%. Feindliche Drohne kreist. Bedrohung neutralisiert. Der ist gefallen. Oh, das Beage-System ist jetzt doch schon gut wert. Geht ihr mal ein Header? Kommando, ich bin in der Drohne wieder an mir. Kommando, ich bin in der Drohne wieder an mir. Ich hab' ich gemeint, der ist Daum-Doner. Jetzt gibt er mal einen Header. Da ist er so der so. Dein fucking Ernst, der hat mir jetzt durchgewähnt, dann Header gegeben. Kommando, er bitte Hellstorm. Bereit für Nachschub. Taktik-Einstieg. Der Stoen-Paket ist da. Der Feind hat unseren Taktik-Einstiegs-Marker ausgeschaltet. Einer weniger. Drohne bei meinem Signal einsetzen. Abgeschossen. Geht uns sicher nicht, wie... Ja, war eh klar. Warte auf mich. Mit seinem Einsatzschild. Natürlich. War klar, dass ich dann nie vorbeikemunde, dass ich stirb. Ja. Ja. Die Stoen-Paket ist da. Autorisiere Drohnen-Einsatz. Sind sie kaputt? Ja. Das ist bisschen zu gefreốc. Warte auf den Sieg nicht. Das ist... Demals. Unser Geschütz steht unter feindlicher Kontrolle. Unsere Drohne Wurde gehackt. Eiwein an ihrer Schweine sind die Vergehecke, dann ist das Entschreibungssystem verfügbar. Ich rief ihn nicht. Der Taktik-Einstiegsmarker wird verwendet. Unser Taktik-Einstiegsmarker ist offline. Feindliche Drohne über uns. Ihre Systeme wurden von feindlicher Malware bepreint. Tut gar nicht weh. Ich hab'n gehört, mich kotzt, das ist schuld, oh, das ist scheiße. Wir haben getan, wofür wir bezahlt wurden. So, aber ich sag' einmal so. Für die, die mir zugeschaut haben, danke. Ich beendet jetzt den Stream, nochmal ein paar kurze Lumpen zusammenbrachen und sag' auf Wiederschauen, Reingehauen.